Ja, herzlich willkommen zur zweiten Modellvorstellung schon. Diesmal geht es um diesen MB-Truck 800 Turbo von... Ne, es ist ein 900 Turbo von Weiße Toys. Diesmal kein neues Modell, weil ich kann mir halt nicht alle zwei Wochen ein neues Modell kaufen. Geht nämlich irgendwann auch ins Geld. Ja, von Weiße Toys habe ich damals, glaube ich, für, sagen wir, 40 Euro bei Amazon bestellt. Ja, ich komme direkt zum Punkt. Und es geht ums Modell, nicht wo ich das Teil herhabe. Gebaut wird das mittlerweile, glaube ich, auch schon gar nicht mehr, aber egal. Ich arbeite mich einfach von vorne nach hinten, was mir so aufgefallen ist, was mir auffällt, was mir gefällt, was nicht. Jetzt am Anfang ist ein Frontreieck dabei. Sieht ganz nett aus, ist halt ein Dreieck, braucht man nicht viel zu sagen. Hinten gehört eigentlich auch noch eine Akaschine dabei. Habe ich aber gar nicht dabei, gibt es aber. Ja, fangen wir vorne an. Kühlergrill, ist eigentlich so eine durchsichtige Platte, schimmert ein bisschen komisch. Ist kein richtiger Grill für den Maßstab aber in Ordnung. Fronthydraulik, geht runter, geht hoch. Oberlenker lässt sich auch bewegen, genauso rausdrehen, was eigentlich ganz nett ist. Ja, habe auch sonst nicht viel zu sagen. Rahmen sieht auch ganz nett aus. Oberflussbeleuchtung, also Lichter hier, haben ein richtiges Plastikteilstatten aufgemalt. Auch hier sieht man drin, ich glaube, man sieht es ein bisschen, ist schon detailliert bemalt. Ja, ein bisschen unsauber, aber insgesamt ganz in Ordnung. Motorhaube lässt sich nicht öffnen. Was mir aber dafür aufgefallen ist, ist hier im Innenraum, im Innenraum ist es gut gesagt, es geht um den Motor. Nämlich ist dieser in so einem Grauton gemalt. Allerdings, soweit ich weiß, ist der beim Original ein bisschen so ein grünlich-bläulicher Ton als das hier. Aber sieht man, je nachdem, wie man den Kollegen hinstellt, sieht man den eh kaum. Von daher passt das. Reifen sehen auch ganz nett aus, sind zu ordentlichem Gummi. In diesem schönen, ja, ist Kleber, Kleberprofil. Oldtimer-Klassiker, oder Youngtimer-Klassiker halt. Jetzt fängt es an mit Regnen, super. Linker und so weiter ist alles ordentliches Plastik. Türen lassen sich öffnen. Also sie lassen sich öffnen, gehen auch relativ weit auf. Und werden dann durch dieses Teil hier begrenzt. Ist nicht so ganz schön gelöst, aber verkraftbar. Spiegel, man sieht es vielleicht schon. Bei mir stehen ein bisschen krumm. Ist aber, glaube ich, eher wegen mir als wegen dem Modell selbst. Frontscheibe lässt sich genauso wenig öffnen wie die Heckscheibe. Ich sage eigentlich viel zu oft, ja, Dachluke lässt sich auch nicht öffnen. Die Antenne ist ganz in Ordnung. Aus flexiblen Gummi. Dann, ja, wie gesagt, hier ist ein bisschen bescheiden mit dem Öffnen. Dafür ist der Innenraum aber sehr schön detailliert. Wenn die Kamera dahin fokussieren möchte, ja. Sieht ganz schön aus. Alles schön bemalt, schön bestickert. Braucht man sich nicht beschweren. Ist viel Metall insgesamt auch dran verbaut. Also es fühlt sich rechtfertig an. Hinten, Ladebritsch, ist auch schönes Riffelblech. Wie sich das halt so beim Original auch gehört. Hinten gibt es ein Nummernschild. Vorne übrigens auch. Hier oben auf der Kabine. Auspuff ist übrigens auch ganz schön ausgearbeitet, finde ich. Ja, hier hinten gibt es dann noch den Rahmen für eventuelle Aufbaugeräte, wie den Rahmen von Amazon, also den Aufbaukasten von Amazon und der TT20. So rum reden ist wieder schwierig. Räder sind übrigens auch hier ganz schön, die Raddeckel dürften das sein. Ja, sind eigentlich auch ganz nett, im Original nachempfunden. Heike Droilig sieht auch ziemlich schwarz aus, wie beim Original halt. Ganz nett. Zugmaul haben wir, Zapfwelle haben wir, Heike Droilig hoch, runter haben wir. Ja, typisch, ich glaube es ist typisch Weisertäus. Das, einmal für Siku und einmal für die detaillierteren Modelle, ist für mich ein ganz akzeptabler Kompromiss. Links und rechts, rechts, das übrigens kaum bewegen. Hinten sind die Lichter übrigens ironischerweise wieder aufgemalt, also die Rücklichter. Fokus einmal. So, dahin. Ist aufgemalt, vorne zur Erinnerung ist richtiges Plastik, ordentlich gemacht. Bisschen schade, aber verkraftbar. Ja, an der Seite noch Tank und Unterlegkeil. Nette Details, passt so, gehört sich so. Hinten auch wieder Oberlenker. Lässt sich alles raus und rein drehen. Ja, ansonsten noch Hydraulikanschlüsse sind vorhanden. Auch nochmal innen drin. Ich weiß gerade gar nicht, ob man es ein bisschen sieht. Kann man, so. Ich glaube nicht schon, ne? Jedenfalls sind es, man sieht es gerade links ein bisschen, da auch Reflektoren innen hinter der Heckhydraulik versteckt. Ganz schön so, wie sich das eben beim Original auch befindet. Ähm, nochmal schnell zur Unterseite. Wirkt auch ganz schön detailliert. Hier, äh, Längzylinder, auch super. Nur die Nieten sind halt noch in Originalfarbe, also, Originalfarbe, Metallfarben, ist genauso hier unten auch. Nicht so ganz optimal. Hier eingestanzte Weiße Toys. Ähm, Da nochmal, was ist am B-Truck? Muster, äh, 440. 1 zu 32, made in China. Ähm, ja, gut, sieht man eh kaum, von daher. Verkraftbar. Hier übrigens auch wieder die Verriegelung für die Heckhydraulik, wie sich das bei Weiße Toys eben so gehört. Ähm, ist sauber versteckt, braucht man sich nicht drüber beschweren. Ansonsten hier Antriebsstrang, äh, von bis hinten, Allradwelle, äh, ist in Ordnung, gut verarbeitet. Braucht man sich nicht drüber beschweren. Ähm, was einem aber auffällt, ist, ähm, die hier. Das, der Kollege da, und hier vorne nochmal. Das ist nämlich, wo der Kollege, oder der MB-Truck, in der Verpackung verschraubt ist. Ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, unten drunter sieht man eh quasi nie. Wäre schöner, wenn es einfach eine fest, äh, mit den Kabeln sonst halt, sonst halt, befestigt ist, aber, naja. Für mich ist es verkraftvoll, erhoffbar, ähm, ja, hier, ähm, ein bisschen schade, dass das unten doch recht undetailliert ist, aber wie gesagt, unten drunter sieht man es eh kaum, bevor es halt einfach nur mal gezeigt haben. Ähm, ich glaube, ich habe sonst nichts mehr vergessen. Kaufempfehlung für das Modell würde ich schon aussprechen. Ja, ist, insgesamt, es kann nicht viel dran kaputt gehen, das bisschen was sich bewegt, ist robust ausgeführt. Ähm, würde ich jetzt trotzdem nicht unbedingt das Spielzeug empfehlen. Ähm, wenn man den noch gebraucht kriegt, Freund von einem Beitragsfreund, der klein ist, definitiv zugreifen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kleine Review oder die kleine Vorstellung. Ähm, ansonsten würde ich dann sagen, Kommentar könnt ihr gerne da lassen, falls ihr Kritik habt oder sonst noch irgendwas ist. und ansonsten dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.